We are set to start, the 25th. Wir sind bereit, den 25. netpolitischen Abend zu bestreiten. Danke, dass ihr alle hier seid. Ich bedanke mich auch gleich beim MetaLab, dem Hackerspace, wo wir hier heute wieder mal zu Gast sind. Wer zum ersten Mal im MetaLab ist, der kann nachher gleich eine Tour machen. Das ist hier nämlich so Usus, dass ihr einmal herumgeführt werdet und seht, was hier alles an Hack-Equipment und an Hacker-Kultur und blinkenden Lichtern auf euch wartet. Ich danke auch den freien Radios. Dieser Vortrag hier und auch eure Fragen werden gestreamt ins Internet und auch ausgestrahlt über RadioFro in Linz, die Radiofabrik in Salzburg und Radio Orange in Wien. Dadurch, dass hier aufgezeichnet wird, wenn ihr nicht im Stream sein wollt, seid im hinteren Teil des Raumes und werdet ihr auch nicht von dieser kleinen Kamera da erfasst. Und wenn ihr Fragen stellen wollt, dann verwendet bitte dieses Mikrofon. Hebt die Hand, ich komme zu euch. Der Ablauf hier ist ganz simpel. Wir haben drei Vorträge und dann eine kleine Überraschung. Nach jedem der Vorträge gibt es einen Q&A. Das heißt, ihr könnt Fragen stellen zu dem jeweiligen Vortrag und danach sind die Leute aber auch noch hier. Also es gibt da noch den eigentlich wichtigen Teil des Ausklangs mit Bier oder anderen koffeinhaltigen Getränken. Und wenn ihr irgendein Projekt habt, worüber ihr unbedingt sprechen wollt, wir haben ganz am Ende Lightning Talks, wo ihr euch da eintragen könnt. Das sind schon ein paar. Dann habt ihr fünf Minuten maximal Zeit, euer Projekt, eure Idee oder was auch immer vorzustellen.